Grand Theft Auto San Andreas, aber das Design haben sie halt nicht. T-Bone, pump your brakes, baby. Take a chill pill. Take a chill pill. Just lay back and let the red mist fall. Hey, Holmes, open your eyes, dog. Can't you see, we're getting messed with here, Holmes? Hey, partner. T-Bone, look. It's Karl. Now he's a real hero at this. Got his, got his full shot that I see. We're still good. What are you, Wato, stupid? Someone's on to us. We need to go back on the thing. I think they was just trying their luck. Mike, Mike, I've been trying to contact you. What? Oh, man, who are you? Okay, just keep talking. Hey, Holmes, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Who was Mike? Man, he taking the Y-Shitman and the van. And Mike's still in the back. Well, what are we gonna do? How the fuck we going nowhere? He's got his phone. He's gonna talk to us till his battery runs out. Come on, we gotta bounce. All right. Okay. Damit habe ich beim letzten Mal angefangen. Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery level. Den Mike zu suchen und dem sein Handy ist fast leer. He says he can hear Seagulls. Mike can hear Gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. Wahrscheinlich unten. He can hear heavy machinery. He can hear heavy machinery. Seagulls, heavy machinery? What is that? A building site or a landfield or something? There's a building site in Doherty. Da hoch. Okay, okay. Müssen wir uns beeilen. Gute Nacht, lieber Rex. Mach ein Sponsor weg, er gefunden. Stell dir, stell dir. Weil man geht dir alles. Andreas konnte man mit bis zu 100 Leuten online spielen, aber jetzt nicht mehr, oder wie? Hab ich ihn selber abgeschaltet? Warum? Und anderer Raphael, wie geht's? wow haha geil alter also eine mod mit dem sandrät das multiplayer wie so ein schachbrett hier aber die lenkung ist so schlecht ich fand die in der gta viel schwieriger hier gibt es die mögen oder wie ich bin hier ich bin hier ich bin hier und es sind docks let's go hat sich viel spaß gemacht haben das glaube ich also der ist entführt worden und er hört sachen im kopfraum oder wie jo alles gut heute ja war digga wie geht es dir dank für den follow ach shit war digga das ist jetzt wegen dir du bist schuld so sauerei direkt bann wow auf den highway ok sorry kein problem alles stabil im kopfraum im kopfraum von charles shaw eingespült so eine kurze ausfahrt ich finde wie soll ich da runter kommen gibt es über diese rase ja was soll meiner was machen oder dass die 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 der flughafen Rappido! Rappido! Oh du Hundesalon! Wir müssen zum Airport! Na, Benthers Mammut, wie geht's dir? Hey, nicht worry, Mike, wir sind fast da! Wenn es dein Akku leer geht, da haben wir ein Riesenproblem. Mein Telefon ist fast da! Da ist der Gang! Und die Sicherung. Hey, das ist der Ort! Deine Augen für den Van! Okay, die Tag muss jetzt funktionieren, Homes. Tag? Was ist ein Tag? After das letzte Problem, Mike hat die Transponder in der Wight. Wir waren es mit der Gang, aber etwas muss es auf den Weg gehen. Und jetzt müssen wir es nutzen, um den Van zu finden und zu retten. Oh, wie funktioniert das? Im Gegenteil, je näher wir kommen, desto stärker das Signal. Okay. Und natürlich an der Balkenanzeige das Signal ist um den Van zu finden. Okay. Da muss ich quasi in die Richtung fahren, wo das Signal stärker wird. In der Richtung wird es stärker. Aha, aha. Aha. Hier wird es wieder schwächer. Warte mal. Da geht's noch mal. Da geht's weiter runter. Ja. Wow, scheiße. Ah Mist. Ich bin ja erst ein Depp, oder? Achtung, Achtung! Sie haben einen neuen Follower. Halten Sie Hände an den Lenkrad und fahren Sie rechts ran. Oder geben Sie Hilfe auf Vollgas. Nochmal. Nochmal. Danke, Kalle, für dein Follower. Ich bin so ein Depp. Kacko, Mann. Let's go, wir müssen Gas geben. Auf geht's zur Baustelle. Oh! Oh geil, wir müssen Gas geben, oder? Auto waschen, Stefan-Style, ja schon. Leute, wenn geiler Scheiß passiert, immer gerne Clippen. Wir machen dann jedes Jahr, jeden Monat eine neue, coole Clipsammlung draus. He says it's busy like a freight depot or something. Freight? Oh, they must be down at the Docks. Get to the Docks in Easter Basin! Können wir es schaffen, auch ohne irgendwo anzustoßen. Wird wohl kaum passieren, aber trotzdem. Hey, we'll be there in a minute, Mike. Raphael sagt meine Nachricht bekommen. Äh, weiß nicht, worauf du sprichst. Richtigst du mit mir, oder was? Deine Nachricht bekommen. Wow, worum geht's, Raphael? Gute Nacht, schlaf gut und träumerschönes. Wir sehen uns bald wieder. Hau rein, Wanny. Ja, Mann, hau rein, Digger. Hau rein, Raffi. Oh, darn. Mike's iPhone-batterie is running low. Shit, he says they stopped, then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate. They don't have heavy security at the Docks, but they do at the airport's freight department. To the airport, rápido. Wo hat er die geschickt? Rappido, ich muss zum Airport. Dicker. Mike, in your aircraft, take you off and lance you. Oh, the hoodie thing. Hey, don't worry, Mike. We're nearly dead. Oh, man, my phone. Oh, my phone. Damals gab's ja nicht mal iPhones, ich will mal vor. Noch nicht mal Smartphones gehabt, damals. Oh, man. Oh, man. There's the gate and some dead security codes. Hey, this is the place. Keep your ice peeled for that fan. Keep your ice peeled. Okay, the tank should work now, Holmes. Tag. What the hell is a tag? nach der last bit of trouble my kid the transponder in the white we was gonna follow it to the gang was up und wir hatten sie auf das signal von mike wir machen nicht so stress ich weiß wir suchen wir suchen hier wird wie hier wird es schon lauter das signal und damit darunter gecrasht sich dem So. Geil. Drive-By. Natürlich. Ah, das war knapp. Hey. Jizzy-Clown. One of Jizzy's Clowns. We ain't torchinada. This is a setback. We're doing 20 in the life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, right, man. Let's do it and get the hell out of here. Hey, who the fuck asked you, Payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. What the fuck? Was ist das für einer hier? Oh, er macht sich halt voll wichtig. Ich bin einer von den Clowns von Jizzy. Gut gemacht, oder? Verdünnisiert dich, bevor die Cops kommen. Ja, let's go. Bringt Torino von dem brennenden Van weg, bevor die Polizei hier ist. Ja, klar, man. Kein Ding, Digga. Kein Ding. Felt willkommen. Real State. Love Starion. Ah, die darunter müssen, ja. Er ist Clown. Der fährt nicht mehr so gut jetzt, aber okay. Geil. Wo sind jetzt die Polizei, oder? Schüttle die Bullen ab. Ja, kein Ding, kein Ding. Ich habe drei Sterne. Lecker mag. Problematisch, oder? Anderes Auto vielleicht. I'm not a fool, don't upset me. I can't. I know it. Ah, loco, cooler. Hol doch die Polizei. Hol doch die Polizei. Kann ich mir den Auto wechseln? Ich bin das, bitch. Oh, make me make me. Oh, God. Neue Lackschicht. Krass, was da alles so geht, oder? Einfach nur mit Farbe, bisschen Farbe. Voll realistisch. Der Buh, wie geht's dir? Ich war unterwegs ein Wochenende, ja, ich war in Köln. Mit der Acker. Ich habe dich auch vermisst, der Buh. There's always that one person, that will always have your heart. My boo. My boo. Wow. Love it, loser. For sure, my baby. wir waren im ding sie waren wir haben wir die 90er party moderiert da war ich glaube da war niemand da sind 90er wirklich liebt hat ja was mit der tür mal wieder bahn streiken ja aber wenn man es richtig time und weiß wie es geht dann steht auch der stelle auf der bahn streikt es sagen mal so von acht zügen und würden vielleicht sechs stück bestreikt aber es fuhren ja ein paar muss man auf den jansen sieben tausend dollare ccc jetzt habe ich genügend kohle um mir um mir eine immobilie zu kaufen gibt es kein ergang stefan synchro mode für gta wie geil wäre das kurs klasse grüße nach stuttgart der verständlich ob wackeldackel und gehägelte klorolle ob der huppler oder als ob wackeldackel und gehägelte klorolle auf tut ablage steht ist so sehr dreck meister hier ist die gehägelte klorolle direkt für den chat wo du bist langsam hungrig ja dann gehen wir mal was essen jetzt hier dann gehen wir jetzt mal einen kleinen happenpappen zu uns nehmen oder was machen wo sind wir denn eigentlich burger handjob da sind wir dann gehen wir zu dem hier burger handjob war gta 4 ich habe es geliebt für zwei dollar einfach bester preis tatsächlich gerne mal lackieren die karte ist jetzt meine tür ist auf warum hat er lag nicht so gut gehalten oh da steht ja das verdammt gut brüders dass die karte weg ist nicht wieder rauskommen hallo das sieht so aus wie nehmen wie nehmen merke wo in wiesbaden wo ich vor kurzem war genau so hat es da ausgesehen ich nehme natürlich den fleischberger burger fleischberg burger na klar und den salat nehme ich auch dazu ich weiß aber sag es nicht weiter ja am mai war das jetzt aber voll lecker gut haben wir noch andere sachen moment da kann man doch dings die haben doch immer ein feuerlöscher hier oder kann ich nicht nehmen kann ich ausrauben ganz frisch von unserem tresen hochgeholt ja man da kriegt man angst bei den armer face essay kann man ausrauben das geht oder okay krantef burger let's do it you want us to get ugly okay Wie kriege ich die Kohle von denen? Wie geht das jetzt? Du musst ja schießen Okay, krass Wo bekomme ich jetzt die Kohle her? Oh, ich habe einen Stern Oh, ich habe einen Stern Ist auch nicht cool, oder? Sind das Midi-Packs hier? Nee Die sollten was fallen lassen Ja Nichts gefallen lassen Wie die da liegen, hey Ist ja undezent Geht gar nicht Schau mal, wie es hier aussieht Wahrscheinlich, weil die Kasse kaputt ist Zahlen alle mit Karte Alle mit Apple Pay Hau rein, King Cole Dir auch noch alles Gute Geht's aber schnell weg Okay Das war jetzt ein bisschen unglücklich Oh, Ding nehme ich, der ist geil, oder? Ich habe das Oh, f*** Oh, f*** Hallo Hier ist ein schönes Trip Mall. Super safe. Kann man da springen? Oh, sweet baby Jesus. Nein, wie geil, ich habe sogar einen Stunt bekommen. Stunt Bonus, ist das kultig. Oh, Chinatown. Ha, die Hechtrolle, solide. Was ist hier denn los? Buongiorno. Nein, come on, you can do it, you can do it. We're close, Puckeye. Easy, man, I'm here to see Woolsey. Oh, upstairs. Stupid ass motherfucker. Woolsey, because of Matrix, dude. Come on, Purcht, go. Come on, go, go, go. Come on, you can do it. I'm Johnson, I'm here to see Woolsey. I work with him. CJ. Yes, right this way. You know of the boss's curse? Curse? What? He's blind. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. I, I'll cheat that monk. Will ich verarschen, oder was? Was, der Woolsey ist blind? Wieso hat er da nicht hässliche Bunnys? Spart es sich Geld? I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Die Maulwurf schausschen. Haha. I am the boss of the Mountainplowboys. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? Kann ja gerade gecheckt, aber wovendisch. As Dai Dai Lo of the triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Hallo, Zirpengeist, grüß dich. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong-Meeting. Come with me. Tong-Meeting. And you'll see how we triad settle things without recourse to unnecessary violence. Alright, I'll ride with you. Mahlzeit Kowalski aufs Deal, grüße dich. Mahlzeug. We'll need a ride. Mine's getting some bodywork done to it. Alright, don't try it. Come on, we'll ride to the Tongs. Steig ein, Wusi. Musiker Lusi. Schmusi-Busi. Wusi ist der beste blinde Schütze, den ich jemals gesehen habe. Ja. Und der kann auch gut Auto fahren. The bloodfeather triad has a storehouse around the block. We shall see, what excuses they have to offer. Er ist einfach mit unfassbarem Glück gesegnet. Deswegen kann er so gut Auto fahren. Okay, so was ist alles talk about business? Some small-time Vietnamese gangs have been making trouble lately. We're not sure why they're gaining any courage now, but nervous about the situation. How do I fit in all of this? You're an outsider. This is a place. Come on, it's this way. Hätten auch zu Fuß gehen können, oder? Now, where's that loose cop? Hey, what the hell are you doing? What the hell are you doing? What the hell are you doing? Just checking the, you know, shut up, Carl. This way. Digger, was ist hier los? Hey, what's with all these people? Where are they going? Something isn't right here. We should be careful. Follow me. What's wrong? You lost? Need a hand? No, no. I was just, you know, getting the feel of the place. Stick close. Is this town so liberating? Yes, mostly sure. You got a Redwood? Three? Most of it is Redwood. See you later, mister. Ah, we're here. This way. Strange, this gate is usually locked. Stick close. Okay. Spannend. It's burning. Oh man, she's right. Die bösen Vietnamesen. Oh, der eine ist von der Army. Die Triads müssen Vengeance haben. Ja? Hast du Spaß noch? Okay, oder? Habe ich gut gemacht, oder? Habe ich gut gemacht, oder? Uzi, was sagst du? War schon talentiert von mir. Und jetzt? Zimmer eingesperrt. Da würde ich nicht hingehen, Uzi. Jetzt geht's hier durch. Jetzt geht's, komm. Oh, das sind nochmal welche. Ah, nein, ich geh da runter. Fuck. Oh, Mann. Das war episch. Ja, scheiße, Mann. Das war kacke, war das. Ich kämpfe nicht aus dem Hof raus. So geht's auch. Schnell durch, komm. Scheiße. I school racke. Schnell durch, komm. Wir sindpiece. Oh, Mann. Wussi, was ist passiert? Wussi ist gestorben, da müssen wir aufpassen. Wussi, bleib hinten, okay, Bruder? Bleib einfach hinten. Das hat keinen Sinn so. Bleib in Sicherheit, Wussi. Bro, bleib einfach da, ja? Ich werde voll vermitteln auf mich, Mann. Wussi, komm zurück. Wussi, du Depp, jetzt müssen wir ins Feuer gelaufen. Wussi, geh weg! Wussi, du Depp! Wussi, du Depp! Wussi, du Depp! In Tour, quick! We got more company! Okay. You drive. I'll send them back to the super! Hey, police surveillance team! What the? Ich fahr und er schießt, oder wie? Nein, wieder von vorne. Nein! Nein! You, you blasted fool! Oh, it had to get ugly, huh? Ah! 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 Ich werde pinnen sogar! Ich mach keinen Scheiße, Dicker! Lass mal hier Rucksackbombe werfen, oder? Wussi! Busi, bleib zurück, Mann! All rede! Oh... frequency der Rucksackbombe! Was machst du, Wussi? Was mache ich eigentlich? natuurlijk agení.. Du deserve this! Ja! Schlechte Idee mit der Rückstackbombe, okay, nochmal, haha, okay, okay, aber jetzt mach ich das voll klug, pass auf, jetzt mach ich das voll klug. Ziel halt, ich halte hart verletzt, Wusi, voll safe, okay, Wusi, bleib einfach hinten, okay, du musst auch noch Auto fahren, einfach das Auto nehmen, ja, gute Idee eigentlich, hast recht. Wollen wir es versuchen? Nein, Digga, komm weg da, weg da, weg da, Wusi, komm, komm. Okay, so geht's nicht, so geht's nicht, again what learned. Jetzt sag mal. Yeah, it's heat, what you gonna do now? Wieso ist da keine Ammo, ich brauch Ammo. Hey, what was you saying? Who got issues now? Eat this hot-lick shit! You coolin' now, huh? You a wanderin' ghost! You gonna stay coolin' now? Scheiße, man, komm ruhig. Das ist nur für einer. Ah, Mann! Kann doch nicht so schwer sein. So, ordentlich einsammeln, oder? Einen nach dem anderen. Das war's für's. Oh, Gott. SG, schaubern's! Ich hatte den Sniper. Das ist auch nicht. Oh, genau! Was ich erwartet? Die Blut wird wie eine WINE! Wow! overdose! Was ein Überleg, denke ich. Nicht so einfach, oder? Krass Das Gewehr einfach Hätte ich schon brauchen können Jetzt sollte ich den Blumenstrauß geben, gute Idee, ja? Verfolgen die uns jetzt? Soll ich vielleicht einfach so eine Lackierei geben, oder? Deine brennt schon geil! Deine brennt schon geil! So geht das So ist ihn die Autos zerstören lassen Das haben wir dann geschafft Oh 5.000 Dollar alles Nein Guten Morgen Killer Milk Also krasse Wusi-Mission Ich glaube ich gehe jetzt mal meine Kohle investieren Oder? Und zwar beim See Da geht es doch eigentlich los, oder? Beim Zero Für 30.000 bekomme ich schon eine Immobilie Immobiliari Oder Burger fressen gehen, ja man Burger and a handjob Oh shit, da darf man nicht stehen Okay Zero hat auch ein paar Murks-Missionen Was heißt Murks? Dass man jemanden abknallt Abmurkst Uh, Immobilie gekauft Aha Oh yeah Wer ist der krasse Immobilienmagnet? Gehen wir mal rein, oder? Hallo Ähm Lass mal was kaufen Achso, da sind wir diese roten Kreise auf dem Boden, oder? Das ist jetzt meine Immobilie, oder wie? Ich kann nicht befeiert mit einem einfachen Tappen Oh, Kopierer kann ich mir Gesicht kopieren, das ist geil Ich habe früher, war ich voll Kopierer-Fan Kopierer waren krass, oder? Wenn jemand einen Kopierer gehabt hat Da haben wir einfach erstmal alles kopiert, oder? Geldschein vergrößert Geldschein auf DIN A4 gezogen Drücke R1 und den Anruf auf dem Handy Ja, hallo Hallo Carl, it's Zero Oh, hi, Z You wasn't around when I signed the deed Yes, I know I was on a dangerous reconnaissance mission Deep into enemy territory Uh, yeah, right, sure Whatever you say I should come through and have a look at the business You know Oh, of course, of course I'll have to tidy up a bit This place is such a mess Don't worry about it I'll drop in soon Okay Air Raid Erste Mission Erste Zero Mission, oder? Hey, what up, Z Nothing is up, Carl Apart from my blood pressure And the imminent collapse of my hopes and dreams Why? As usual, the forces of darkness have triumphed over good Oh, die möchte ja dunkelheit Life is nothing but misery Briefly interspersed with agony Homie, what you own Whatever it is, you need to reduce the dosage Excuse me But I'd never take drugs We all know, drugs are for losers and or sex There's no überall Grand Theft Auto, we're still in nice Merch Thank God for that Oh, Berkeley is back Oh, Berkeley Oh, shit Who the fuck is Berkeley? Oh, just a man I once beat in fair competition A man literally obsessed with revenge Oh, you put hands on him? No Lance Vance Oh, I know You knocked his bitch No I won the prize in the science fair First prize, that is And now he wants to pop you Nerd, a nerd And they say gangbangers is petty as small-minded Hey, what's that belief in Sam? Dude, it's a bomb That's him We shall fight to the end Berkeley's launched a full-scale attack This is insanity What? All batteries commence fire He's going for my transmitters If he takes them out, I'll never be able to launch a counter attack No problem, man, but they're only toys They're not toys, they're just smaller What's that mean? JJ, bogeys at 12 o'clock And it was just the one to shoot, right? Samikazes at 6 o'clock RC Barron's at 9 o'clock high, Carl Ich check's nicht ganz Will ich keinen Schuss mehr, oder was? Wieso schießt er nicht? Ey, schießt er, oder? Schießt er nicht? Schießt er, oder schießt er nicht? Oh Gott, nix Aber eigentlich schieß ich schon Die schmeißen einfach Bomben ab Shit, Alter Das wird immer mehr Junge Ein Transmitter ist schon down, oder was? Ich denke, das ist nicht so einfach hier Another blow to our war effort Krass, wie viele Flugzeuge hatten der Wie viele Fernsteuerungen hat der Wie viele Fernsteuerungen hat der? Wie schafft er das alleine? Der Böse Das ist echt gut Ja, ich weiß man Ja, ich weiß man Wie ernst Wie ernst Berkley Wir kämpfen an den Küsten Auf den Dächern Okay Dankeschön, GTC-Sven Ja man 3.000 Dollar gemerkt Musst dir vorstellen Die greifen deine Satellitenschüssel Fürs Internet an Ja, stimmt Du hast recht Nur Pearl nach Harbour Nur Pearl nach Harbour Immer wie geil Nur Pearl Ist hier jetzt Langt uns an den Arsch Es regnet es Check mal aus Ich brauche Auto Die nächste Zero Mission hast du gehasst Nur Jack, Nur Jack, Nur Jack Ich muss erst mal trainieren jetzt Die letzte ist die beste Sollte man die alle auf einmal machen Die ganzen Zero Missionen? Oh krass So, you wish to become a warrior? Ja man Du bist im Eiswichtloh Halte L2 gedrückt und drücke deinen Kreis Während du rennst Okay Okay Alles klar, Mr. Miyagi Become the Avalanche And bury your opponent Okay Oh geil Ah, you and me, huh? I'm no, huh? I'm just a pup Okay Danke fürs Training Wo kann man Gewichte heben? Warte, warte Gret benutzen Benutze L um eine Stufe auszuwählen Drücke ich schnell hintereinander um die Pedale zu treten drücke Oh krass Killer, oder? Ha? 85 Fuß schon gefahren Royals oder keine Ahnung Aber wir gönnen unsere Konjunktion verbessert Sehr gut, oder? Neicenstein Was ist das hier? Gewichte stemmen Let's go CJ auf 20 Dosen Dr. Pepper Ja man Mit Ladyweights Auf Deutsch soll das Mieter sein Ja, kann sein Weil waren es auch nur Inches Ich will jetzt mehr Kraft Okay, wow, krass Völlig Monster Body aufgebaut Ellen Ellen DeGenerous Degenerierte Ellen Hä, was ist denn hier passiert? Gut killed everybody in the Dojo Ich gehe es mal auf die Fette hier 145 Kilogramm Auf Deutsch wird das Mieterisches System genutzt Achso Ich mache das doch gut, oder mache ich das gut? Aber wo steht, dass ich jetzt stärker geworden bin? Muskeln aufgebaut Maximum erreicht Siehste, wunderbar Also Kilogramm und Meter Haben die das echt auf Deutsch gemacht? Jetzt habe ich voll krasse Stirnacken, oder? Ja wunderbar Wunderbar Wunderbar, Leute Äh, wo ist denn hier euer Wellness? Maschine Ja, ich schau mich an Was ist denn mit den Gangmembers hier? Das ist die Kamera, Alter? Ach, wie ist es eigentlich mit den Aussichtspunkten und so? Das ist schon schön hier Hi, ich habe deine Kollegin gekillt Sie ist wieder da, die Zombie-Frau Boah, jetzt habe ich voll Bock auf den Burger Es ist mies Und ich kürze den Mac-East-Frau Die mir einen liefern Oh, ich will dich voll sterben für so einen krassen Pick-Mac oder so Hat's die Regeln aufgehört? Nee, regt immer noch Mist Hat die vier Brüste Na ja, klar Die Frau ist Maschine Sie hat einfach alle Brüste Aber ich wohne ja voll auf dem Dorf Liefern wahrscheinlich zu mir Nur so ab 40 Euro Oder so Okay, was kostet es jetzt? Sich hier da was zu kaufen Bei diesem krassen Hotel How much? How much? 50.000 Und ich habe 16.000 Das reicht nicht ganz Sind Big Macs Ja, Mann Nee, ich habe einen Hubschein Back to the heavyweight Let's go Und machen jetzt die nächste Zero Mission Mama, ist die Lust auf den Burger besser als den Burger selbst Ja, da ist was dran Brazillian Waxing Hallo? Ulu? Hat jemand schon Dings gesehen? Weil ich gerade Ulu sage Megamind 2 Hey, Zee, wo you at? Go away, Carl I'm very, very busy back here Top secret stuff Not for your eyes Too sensitive Come on, homie Where are you? I said go away, Carl I don't need any friends today Thank you Er hat ihn an der Unterhose aufgehängt Ich bin ein 28-jähriger Mann Whose Landlord Just helped him down From a hook From which I had been hanging From my underwear Contemplating my inadequacy For nearly two hours Au Ich krege Schau, du musst dich einfach sein, homie Welchen Art von Weapons hast du? Äh, ich habe einen Prototyp Of a miniatur Plane Okay Well, mit diesem Plane We're gonna go humiliate Bertrand Okay, cool Man, das ist schuldig Der kommt mit 100 Flugzeug Zeugen, wie geht es mit einem, oder was? Bestellen Wir liefern nach Hause Er ist geschlossen, shit Okay Bring his Mail-Order-Model-Business To its knees Launch the Red Baron Schalte die Kuriere aus, bevor er diese Live-Lieferung abgeschossen hat Die Kuriere aus, bevor er diese Live-Lieferung abgeschossen hat Was ist die Möglichkeit, wenn ich so weiter fliege? Oder muss ich R2 gezogen halten? Ah, shit Komm, ey Das ist schwer Bin ich beschwert, oder was? Okay, wo sind jetzt die Kurierflugzeuge? Oder wie das Wie sagt er? Achtung Abo-Falle Viel Spaß Der dufte Typ Ey Dankeschön Der dufte Typ Fetten Dank, Mann Danke für dein Abo Hallöchen Fliege Fliege den Red Baron hinter den Kurier Wo ist der Kurier? Gym-Kurier? Ich sehe den halt einfach nicht Da 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 Tja, okay, das war halt nicht cool. Die waren ja an der Reisen, die waren gut, Mann. Ich muss jetzt ein bisschen leiser machen, es geht. Wow. Ja, ich hatte krassen Auftritt. Ähm. Schnickschnackhausen, einfach noch Benzin. Also hier ist einer. Eins, zwei, drei, vier, oder? Fliegen wir erstmal zu dem hier, würde ich mal sagen, oder? Ich war in Bremerhaven, war cool. Ich war in Aachen, war cool. Und dann haben wir noch die 90er Party gehabt in Köln. Wow, Klaus, cool. Aber trotzdem ist hier ein major fuck-up hier. Da ist ein Pudi, okay, cool. Okay. Der nächste ist da irgendwo. Okay. 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 Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Oh Mann, warum bin ich so blöd, ey? Okay. Wie der letzte Honk. Bleib halt mal oben. Bleib halt einfach mal oben, ey. Das ist echt nicht einfach, weil er immer so bescheuert ist wie ich. Hier komme ich nie wieder weg. Nein. Du hast die Cooties, oder? Nein. Nein, Cooties. Alter. So, die dann die Mission zuerst gespielt, ich glaub's auch. So, das sieht mir wieder aus der Sprit aus, oder? Aber wieso lenkt er nicht links, wenn ich dann links will? Ist der Wind, oder was? Der nächste ist hier ungefähr. Alter! Ah! Nein! Fick dieses Spiel! Ich lass den Baum raus! Lass mich aus dem Baum raus! Bitte, ey! Ich kotze! Ich kotze! Aber er lenkt ja auch gar nicht irgendwie so, wie ich das will! Soll ich jetzt mit links lenken, oder mit dem rechten L1 R1? Und dann mach ich die falsche Taste, oder was? Okay, da ist er jetzt! Fuck nein! Fuck nein! Fuck my life, ey! Ich check's nicht! Ich muss wieder runter auf die Straße, es bringt alles nichts! Ich will zurück auf die Straße! Sag mal, das kann doch nicht wahr sein! Ich bin doch nicht so blöd! Ich bin doch nicht so blöd! Und wo da... Dann haben wir! Spraue! Ja, ich bin doch gut! Da ist dein faithful Versagen! Entschuldigung, ey, tut mir echt leid, Leute, ey. Das ist echt mega peinlich, was ich hier veranstalte. Gott, ey. Kommt er jetzt wieder hier rum, oder? Kommt er jetzt hoffentlich wieder hier rum? Da ist er. Bleib halt einfach, bleib halt einfach in der Luft, du Penner. Kennt man dir, oder was ist die Mission? Der Fick dieses Spiel! Der Fick dieses Spiel! Warum nicht mit dem Motorrad oder irgendwas? Wo ist der Hohensohn? Absolute Hass-Mission, absolute Hass-Mission. Und dann geht der Tank aus, wenn du weißt. Bleib halt! Ah! Nein! Wo ist der? Wo ist der? Was macht er denn? Wieso dreht der ab? Ist das der Wind, oder was ist das? Ich check's halt einfach nicht. Was für ein Abfuck. Ich war in San Francisco. Ich hab mich echt gefreut, ja. Aber da werde ich nie hinfliegen. Ich check's halt einfach nicht. Bleib unten, Digga. Bleib einfach. Da ist er doch. Tritt sei. Warum dreht der immer ab? Warum dreht der immer ab? Ich check, ich check die Steuerung einfach nicht. Ich check einfach die Steuerung nicht. Ich will einfach nur. Ich will einfach nur. Ich will einfach nur. Ich möchte sie wieder erkennen, was macht. Ohne Scheiß, wie der letzte Depp. Wie der letzte Depp. Tony Sachs, ja. Hey, komm! Das ist nicht okay. Das ist einfach nicht okay, was die hier machen mit uns. Ich bin auch ein Mensch. Weißt? Ist da einer? Vor 20 Jahren ging es euch nicht anders. Okay, gut. Ich liebe den Laterne-Crash-Sound. Nein! Einfach nein! Wo ist der Hack? Wo ist der Trick? Warum? 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 Warum fliegt ihr jetzt da runter? Ihr Dreckigen, ihr Miesen, euch kotze, hey. Android Gaming war neun Jahre. Berkley hat sich sycophantische Lackys zu all seinen Deliveries. Aber wir werden ihn verhören, wo es das die meisten tut. Bringt ihr den Mail-Order-Modell-Business zu ihren Knie. Er erwarten ihn auf den F�ke, ihr in den Fabian-Business zu erinnern. Erntet ihr den Ratsch-Con, die roasten, löschen. Erntet ihr den Ratsch-Con. Erntet ihr den Ratsch-Con. Erntet ihr den Ratsch-Con. Einen habe ich. Mehr Glück. Alles verstanden. Kann ich aussteigen? Nein. Bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten. Da ist er. Nein, 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 nein. Boah, krass, neuer Follower. Boah, krass, neuer Follower. Boah, die Wut einfach. Einfach die Wut, weißt du? Wer ist doch da, Mann. Ah, geh halt da weg. So krass, neuer Follower. Rückwärts. So, okay. Wer ist doch da vorne, Mann. Wo ist das Problem? Der ist doch da. Danke für die Follower. Die langsamste Verfolgungsjagd der Welt. Nur drei übrig. Sehr witzig. Alter. Danke für die Follower. An Miradim, an Masafaka und an Esa oder so. Hallöchen. Dankeschön für die krassen Follower. Sorry, ich bin hier einfach voll hart verzweifelt. So, wo sind die anderen? Ich bin schon auf die Map. Drei Stück sind es noch. Einer ist hier geradeaus, okay. Wo ist der denn, ich meine? Der ist hier. Okay. Ist es hier so windig oder was ist das? Hi, liebe Daria. Wie geht's dir? Schön, nicht hier zu sehen, Daria. Ich meine, ich mache das mit Controller. Oder ist es einfach räudig. Wo ist der Hundesalon? Klar, dass Stefan nicht klarkommt, das Flugzeug ist er rot und nicht blau. Warum? Was? Wenn ich dann blaue Sachen trage? Nein, das wird's kommen. Da ist er. Achtung, Abo-Falle. Viel Spaß mit der Neu-Wasch-Maschine. Wer hat Abo gemacht? Weed Wizard. Hey. Nein. Dankeschön, Weed Wizard für dein Abo. Vielen Dank. Einfach nur geradeaus. Komm, flieg. Roll halt einfach nur geradeaus die Straße runter, du Arschloch-Flugzeug. Jo, hau ab da, ja. Ah. Ich flieg einfach wieder höher, das hilft dir nichts. Einfach rauf in die Luft. Ab. Ab and away. Das ist der Wind, das ist irgendwie Wind, oder ich weiß es nicht, was das ist, aber. Abo, 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 viel Spaß mit der Neu-Wasch-Maschine. Eben darf man sagen für ein Abo. Danke, ihr Lieben. Bisschen Trost. Achtung, Abo, Falle. Ah, 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 ah. Der goldene Kappa-Zug kommt. Was ist denn das krass? Was ist denn der goldene Kappa-Zug? Schmeißen Sie die Fahrkappen aus dem Fenster und surfen Sie draußen am Wagen mit. Das geht nicht so los, oder? Tschu, tschu, tschu. Danke, ihr Lieben. Danke für euren Support. Das tut gut, das tut gut. Ich stelle mich einfach so dumm an. Nein, nein, fliege halt einfach nur geradeaus. Es gibt es doch nicht. Bleib halt einfach. In my beautiful RC plane. Drücke Dreieck, um die Selbstzerstörung auszulassen. Nein. So weit bin ich noch nicht. Mental. Kurz sofort. Ich bin jetzt nicht mehr, Karl. Halt sie ihnen. Achtung, Abo-Falle, Abo-Falle, Sunmax, Orens, Dankeschön, mein Lieber, hey, Hans-Martin, Twitch, dauerne neue Umfolge für meinen Schirrwitz-Ferkel, bitte, hahaha, Dankeschön, Chaxi, danke für 100 Bits. Guck mal, der fliegt dann nicht dahin, wo ich will. Kappa-Zug, abonniere, verschenke, abonniere, das sieht voll schön aus, der Kappa-Zug, haben wir noch Kapazitäten? Danke, Mi Draculi, danke, 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 das tut gut, das tut gut, das tut gut, die Verzweiflung, ihr merkt es mir an, das ist ein geringer Trost, ich fliege halt woanders hin, ich muss halt rückwärts fliegen, um zu schauen, ob mich jemand verfolgt, weißt du? Ah. Aaaaaaah Ich will keine Selbstzerstörung, dicker Ich koche Ich koche Es wird auch nicht besser Es wird nicht besser Vielen Dank, Leute Vielen Dank für eure Abos Danke für den Support Der Rote Baron ist noch auf dem Scheiß, Alter Bewege L nach links und nach rechts Um mit Hilfe des Seitenrubers Kurven zu fliegen Ich schalte die Kuriere aus Digger Vielen Red Baron hinter den Kuriere Einfach nur Hass Das war echt der Hass. Okay, in der Luft geht es echt nur mit dem linken Stick. Boah, das ist so mies. Wo liefert er hin? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Das ist echt zum verzweifeln. I'm losing patience. Bleib on the road. Bleib da, bleib. Bleib da, bleib. Bleib da, bleib. Bleib da. Bleib da, bleib da, bleib. Bleib da, bleib da, bleib. Bleib da, bleib da. Bleib da, bleib da, bleib da. Bleib da, bleib. Bleib da, bleib da, bleib. Bleib da, bleib da, bleib. Ich will echt eckern sehen, wie er das macht. Michi Panthorn, grüß ich. Ich bin über Rot geflogen. Oh shit, echt. Oh, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Einfach der Bruder Hass. Einfach der Bruder Hass. Fliegt halt. Nein. Unfassbar. Unfassbar. Ich will keine Selbstzerstörung. Die zerstören mich schon. Ich muss ihn nicht selber machen. Ich bin jetzt einfach auf der Straße. Bleib auf der... Bleib einfach geradeaus. Bleib einfach geradeaus. Nein, nicht in die Bäume. Nein, 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 nein. Nicht Laterne. Nein, 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 nein. Oh. Oh, ich bin jetzt alta. Oh. Oh. Oh, ich bin jetzt alta. das ist kann auch wohl nicht wahr sein wieder ganz falsch ich war schon so nah dran das das die das 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 ist das auch die 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 Nein, bleib in der Luft. What the? Flieg halt einfach hoch. Flieg halt einfach hoch. Wo ist das Problem? Flieg halt einfach. Einfach hoch in die Luft ziehen. Einfach hoch in die Luft fliegen. Noch zwei. Yo, danke für dein Follow. Ja, du hast Glück gehabt. Danke Frosty Shadow für dein Follow. Sehr nice, sehr nice, sehr solide. Da ist der Nächste. How reckless, bitte dich. If you're going to San fucking Fresno. Oh. Was he cut it? Da doch, oder? Warum? Die Carl, it's the only... Time! Noooooooooooooooooooooooooooo! Fucked it. Leute, seht ihr das? Ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wie soll ich das machen, Digga? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich muss diese Drecksmission schaffen. Launch the Red Baron. Fuck you einfach. Red Baron, my ass. Links, ich will links. Kommt zu mir, Baby. Nicht ins Feuer, nicht ins Feuer. Gott. Ah, so ist Gas. Sorry. Ich bin schon so durch den Wind, ey. Der nächste kommt da hinten. Den passe ich ab. Der ist da hinten. Nein, bleib, 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 bleib. Der nächste ist ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Vorrednerin, die Leute. Das ist gut, ich bin. 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 Ernsthaft jetzt? Nein, ich will keine Selbstzerstörung auslösen. Was? Bleib halt einfach. Gerade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 3 von 5 Kann ich mal ein GG haben? GG gibt es erst, wenn ich durch bin, oder? Was ist denn da? Ne, schwer wollte, da kommen alle. Ja schon, ey. Da hinten, oder? Servus, Pöti. Aber nein, Digger. Erst, wenn ich durch bin. Okay. Leute, das ist wirklich hart. Das ist wirklich mies. Ich muss schauen, dass ich mich vor die platziere, in der Fahrtrichtung irgendwie. Die fucking shit Terrasen floppten und so. Ganz ruhig. Oh, Appel, 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 Appel. Oh, ha, 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 ha. Maram. Bruder, was? Aha. Einfach nur Hass. Einfach nur Hass. Wo ist er jetzt? Also. Ja, ich weiß. All right. Fight or die. Das war's für heute. Komm, 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 komm. Bruder, schieß halt nicht auf mich, was soll das? Das ergibt gar keinen Sinn so. Das ergibt einfach keinen Sinn. Ich muss ihn von der anderen Seite her abpassen. Dann muss er mir entgegenkommen. Und der fährt immer um den Block oder so, oder? Fährt dann wieder links? Bieg der wieder links ab? Ja. Ja. Da ist der Van. Gut, gut, Zufall, sehr schön, passt. Einer noch, einer noch. Die krieg ich auch noch. Habe auch noch Sprit. Wir machen Fortschritte, ja. Langsam, aber sicher freuen wir da. Jetzt punch es. Was ist jetzt passiert? Wieso brennt der? Ja, Mann. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wow, Alter. Wow. Hoffentlich hält der Sprit jetzt auch noch und wird nicht so verarschungsmäßig viel zu schnell leer oder so. Jetzt bloß keinen Scheiß machen, ja. Ich glaube, da hinten sehe ich's schon. Da tut was rot blinken. Geil, wie sich die weg, wie sich die ganzen Vektoren hier irgendwie so aktualisieren. Oh, Junge. Wenn jetzt das Flugzeug nicht so aufsteckt wie Topper Harley in Hot Shots, dann ist alles gut. Topper Harley. Oh, Hot Shots muss ich echt mal wieder sehen. Kann man sich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr anschauen. Hm? Smilайте. first try digger first try hey wir haben es geschafft dankeschön für die platin trophäe ja man oh digger 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 oder hey warte 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 like a boss ja digger like a boss also vielen vielen dank leute dieses lob dieses lob das tut einfach unfassbar gut jetzt aber es ist eine heutige drecksmission first try so was schlimmes ich würde alles alles dafür geben erkannt zu sehen wie er das macht ich habe in der gesehen wie er bei gta 5 barrel rolls geflogen ist und so das waren legendäre zeiten legendäre zeiten und es war er ist er ist gezweifelt ist der typ der ist so gezweifelt worden beim spiel aber wir haben es geschafft wir haben es geschafft leute hoffentlich passiert es nicht aus blödes es wurde schon gespeichert oder hallo hier kommen die belohnung ja krass wo kann ich jetzt speichern stefan von krass hofen und was hat es geschrieben als sich nach stunden hatte aber das schicht ende nähert und der chef sein mitarbeiter langsam den feierabend mit den worten einer noch einer noch ankündigt hat sich bereits ein lagerarbeiter umgezogen und meint er müsse noch zu einer geburtstagsfeier daraufhin meint der chef seiner sekretärin den einen kriege auch noch ich habe auch noch sprit hat jemand geburtstag hat jemand geburtstag 019 hat jemand von den mods geburtstag neben kalender ist nix wer hat geburtstag leute der red wer zu viel verärgert gewesen ist glaube ich auch hell ist glaube ich auch wie chucks brain ist einfach auf hochtouren ok krass dann ist ja gut ok leute ich muss speichern ich muss irgendwo kann ich jetzt eigentlich speichern kowals geht geburtstag irgendwann im oktober na gut man da gut ich kann speichern bei der diskette so und dann war es das leute hey warte der kann jetzt ganz normal gehen die boss am 15 oktober wo ich kann ganz normal gehen ohne irgendwie weg zu driften das ist ja crazy wie geht so was ernsthaft ernsthaft da kann man nicht durch rechnungswesen die rollige drecksmission im layo findet sich drecksbäume wir bauen jetzt die rollige drecksmission weiß ich wie es kette hundesalon leute das war krass und jetzt beenden wir dieses spiel ich habe hier noch weiße die ich habe grenze oder 33 weiße die und san andreas also wir haben ja noch viel spaß vor uns auf jeden fall oder unsere aber das ist ich habe przep gibt shit es wo